Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play RPB Reloaded. Mit dabei sind wieder der Sir Pacman. Hallo. Und der Bloble. Hallo. So. Heute spielen wir mal ausnahmsweise als Polizist. Mit meinem geilen FBI Auto. FBI Auto. Ja, besser als mein dummes Pokémon Auto. Ja, das Pokémon Auto ist episch. Ich würde sagen, wir drücken mal K. Und machen den Verbrechern das Leben schwer. Ja. Oder so. Was ist schon angefangen? Wir warten bei A. Okay. Haben wir schon Gegner? Äh, jo. 2 Goldene. Oh, oh, oh. Das wird schwer. Und ich hab ihn schon eingenommen. GG. Okay, hier bei B. Wir müssen schneller machen. Ja, das Auto kann auch Offroad. Ja, ich bin ja auch erst rein. Oh, hinter dir. Blablabla. Oh. Ja, das könnte ich mir auch ein bisschen viel sagen. Ich hab mich auch gern. Leck. 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 Fick. Dich. Ich werd überfallen und sag dir, pass mal auf. Wenn die Topes auch boh'n ist, pass auf. Achso, okay. Pass auf, pass auf. Alter, es leckt. Ja, ich bin im Hintergrund noch ein bisschen am Render. Hinter uns. Diese hinter uns, ähm, Pac-Man. Mein Auto. Hinter uns? Hinter mir? Ah! Achtung! Hinter dir, äh, Mr. Swistock! Wow! Okay. Der hat mich doch nicht mal berührt. Ich komm jetzt. Okay, sie. I'm on my way. Alter, diese Goldene, das ist übel. Warum müssen wir immer gegen die spielen? Ich bin doch Anfänger und spiele schon gegen Goldene. Das ist doch hier. Du? Ja, das Matchmaking ist besser als bei Battlefield. Hm. Hm. Wenn du das sagst. Da kommt... Da kommt... Ah, der ist nicht zu uns gefahren. Das bin ich. Nee, nicht du. Doch, er. Du meintest ihn. Nehm ich mit? Nö. Oh. Hehehe. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich glaube, wir, ähm, verlieren dieses Match. Ach nein. Ja, genau. Ich... Ich renne auch immer vor ein hupendes Auto, Mann. Ich dachte, du bist, ähm, ein Polizist? Ja. Er ist ja auch ein Polizist. Ja. Aber wenn die Leute mir auf das Auto rennen, kann ich auch nichts für. Oh, hier ist ich dran, hey. Hallo. Sichern? Ja, wir sind jetzt hier bei bewachen. Ich bin hier bei sichern. Oh, du ernsthaft? Von wo kommt jetzt die? Du nimmst diese Seite. Ich nehm die meine Seite hier. Hier das Auto bisschen. Da kommt einer. Ah! Ja, Nu. Nachladen, nachladen, nachladen. Scheiß, scheiß, scheiß. Wo ist sie? Ich hab sie. Hast du. Sehr schön. Capture. Weg. Da kommt der Nächste. Mach ihn alle. Wie lass ich das Ding fallen? Schießt. 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 Oh, komm. Pack mein Liebster eigentlich noch. Äh, ja. Oh, jetzt haben wir sie's. Ja, dann komm mal schnell dorthin. Ja, ja, ich beeile mich schon. Ich renne so schnell wie ich kann. Da ist mein Auto. Da ist mein Auto. Oh, ich hab's überhaupt. Ich hab ne Sniper. Ich versuch von der Ferne her zu helfen. Er geht schnitt. Oh, wo, 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 wo. Alter, du dummes Taxi. Wir haben ne Sniper. Ja. Warnkiller. Hm. Ich hab sie. Ich hab sie. Ich hab sie. Ich hab die Sniper. Sehr schön. In meinem Sturmgewehr-Sniper. Oh, oh. Die kommt zu mir und ich bin gleich tot. Granate! Stirb! Ich hab sie noch im Visier. Wieso leckt es so, Mann? Ich bin's mit den Ländern, aber hey. Äh, was? Ah, ich kann, äh, pack mich. Ich kann in deinem Obis blocken. Ja, fahr einfach rein. Yolo. Ja, du bist grad, ähm, neben. Leeg. Fein. Ja, genau, ne. Die rennt hin das Auto und steht direkt vor mir. Hm. Jetzt versuch ich die mal zu überfahren. Gute Idee. Nächste Idee. Äh. Das war meine, echt, meine einzigste. Oh, oh. Die kann... Mh, ich sag nix. Die den Granate geworfen und so... Ach du Scheiße! Komm hier ran. Alter, das ist so unfair. Wie wärst du denn dein Auto ein bisschen weiter weg, ähm... Ich fahr grad mal in deinem Autopacking. So unfair. Ich fahr grad mal in deinem Autopacking. So unfair. Wir schwachmarten gegen die goldenen. Ah, also... Warum haben die... Die machen den Scheißkopf einfach in ihren Autos. Ja, ja, Kopffeld. Ja, würd ich auch tun. Ja schon, aber ich hab keine Granaten eingefahren. Die vorher umgefahren wird. Ja. Ja. Ja, mit einer Erbsenpastole... Killt er mich. Ja, ja, das ist immer so. Ja, ne, dann kommt der andere und ballert mir seine... Pass auf, Packman, die snipen, die snipen, die snipen. Die snipen, die snipen. Ja, ja. Ach... Packman, wieso, ähm... Ja... Weil ich die Granaten haben muss. Ja, aber die tötet dich vielleicht. Äh... Ja. Ach, keiner fragt euch doch, alter. Das Matchmaking von APB ist awesome. Dann muss man... Hey, wenn du Granaten haben willst, dann musst du zur, ähm... Ja, ich hab's schon gemacht. Achso. Ich sag, du musst vor Mail gehen, oder wie das heißt? Ne, bei I einfach dann. Aber, weil ich hab den Koffer gehabt, dann geht's bei dem Koffer auch. Achso. Die Süßigkeit, die Box da. Und wie wär denn sowas verfolgt, wenn wir jetzt nicht... Ja, Kopfgeld, Packman! Ja, Kopfgeld, Packman! Wenn wir sie töten! Ich muss mich so ungewöhnen. Ich hab jetzt ewig... Ich hab jetzt immer Battlefield gezockt. Muss ich mich so dran gewöhnen, dass ich F drücken muss, um über irgendwas drüber zu hoppen. Kommt, hier schnell jemand mit dem Auto! Jemand mit dem Auto! Jemand mit dem Auto! Komm, äh, mein Auto steht hier vorne! Schnell mit dem Auto! Schnell mit dem Auto! Schnell, 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 schnell! Oh! Bitte kill sie! Bitte kill sie! BAM! Nimm die Koffer ins Auto! Die Koffer ins Auto! Die Koffer! Wo ist der Koffer? Das ist dort! Der dort auf dem Boden liegt! Ja, du hast ihn, du hast ihn! Schreck einfach ins Auto! Ins Auto und weg damit! Weg damit! Schreck mit ein! So, fahr! Oh, sie kommt, sie kommt, bitte fahr, bitte! Los, fahr, 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 fahr! Blockier sie! Blockier sie! Schieß doch! Scheiße, ich muss rein! Scheiße, ich bin tot! Fahr, 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 fahr! Ist das bist du doch mitfahren? Wo lang? Einfach fahren, einfach fahren! Einfach fahren! Einfach fahren! Ja, los! Heide! Wieso ist die Koffer so scheiß langsam? Weil du einen schweren Koffer hast! Wieso? Oh, oh! Festhalten! Vorher! Ja, ja, schieß sie schon! Das ist immer verschiebt, so. So, jetzt rede ich gleich! Vielleicht geh mal ein, ich geh rein! Ja, geh rein, geh rein! So, soll es aber nicht verstehen. Umdrehen! Ganz schieben! Komm, gerade ausgerute! Ja, egal. Ja, weil wir haben sie abgehängt! Einfach wer es zerstört lott! Ja, ich mache es! Das ist, genau das ist wichtig! Ja, ich sage es, das ist wichtig! Das ist wichtig! Ja, muss, muss! Oh, va! perfekt los pokémon auto du schaust es sie lieben sie weg mit die serie haben es gleich geschafft wir haben es gleich geschafft sirene aus mann die kommen die kommen die kommen hinten 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 wo ist er recht oder linken achten schanzen ja bin ich zu langer oh oh jetzt haben wir den salat sie hat den koffer gleich aufgenommen ernsthaft ich hab den koffer und konnte mit rennen wie ein normales kleine jetzt spawnen wieder unten in der mitte ja unten in der mitte äh bei wem bei wir uns zu lärten die letzte die letzte so nächste ja warte ich muss mal schon ersparen so kommen pack mal zum parkplatz ich komme nach oben wartet ähm hola drück mal K drück mal K ahja hier komm komm boah lehnt wie ein Fisch na los reinhauen 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 schon wieder zwei goldene alter ich pack's nicht wir können die gleichen wieder ah wir haben auch einen goldenen ja ok dann werden wir einen goldenen haben wird's nicht so schwer sein ich sag nix mehr wir sind schon bei Phase 4 ja ja weil wir ich glaub ich bin falsch gefahren wir brauchen fahr über die Autobahn geht schneller ist er da hin du brauch nicht achso ja ok wir jetzt hier sind die sind hier glaub ich hier steht so n Auto ja hier wir brauchen ich stell mal dein Auto so perfekt hin oder so nütz ne ist unser ey überfall mich nicht ja ich hab grad nen lag ne ne nicht du oh der andere der typi da unser goldener ich glaub die sind oben auf der Autobahn ist das sein Auto? ich glaub die chillen erlaubt ahh da nein, da sind sie die da sind grad vorbei BAM mit der Pistole oh danke schön danke schön oh da ist die dort sind die da sind die ich hab ihn, ich hab ihn Wunderschön, bezaubernd, da kommt der nächste. Das soll sein Einfrau, das soll geschaut. Ja, wenn wir als Teamarbeiten schon, aber wenn wir alle einzeln draufgehen, dann, nee. Einfach draufballern, einfach draufballern. Irgendwas schießt auf mich. Ja, von der Seite, von der Seite irgendwo. Da hinten sind die, da hinten sind die. Ah, Granate gefresst. Oh, 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 scheiße, ich muss mich irgendwo verstecken, ich muss mich irgendwo verstecken. Auto explodiert, Deckung. Oh, da hinten, ja, Dankeschön. Um, oben auf der Autobahn ist einer. Da hinten ist einer. Leck. Da hinten kommt einer zum Punkt. Ich bin hier hinten versteckt. Oben auf der Autobahn. Ne, ja, den hab ich auch schon abgeschossen. Der drückt sich so sofort. Den haben wir nicht so Chance, also wir gehen auf der Autobahn. Pass auf, um die Ecke, dort, um die Ecke ist einer. Ja, ich kann nicht laufen. Ja, einen hab ich. Klar. Den Konkurz hab ich. Der hat mich, pass auf, da hinten, wo ich bin. Ah, ja. Der hat mich einfach weggesnackt. Der hat mich weggesnackt. Wir sind zu viert, Alter. Als ob wir drei nicht packen. Das sind aber auch goldene. Das ist auch abwärmlich. Ja, okay, das sind zwei goldene und ein silben. Bam! Hab ihn! Der hat den Kopf gefallen lassen. Uiuiui. Wow! Glauben, der hat sich angeschubst. Nein, nein. Nein, nein. Alter, Alter, irgendwoher. Hätte ich geschossen. Alter, ernsthaft. Ich hab sie, ich hab sie. Gut. Und da hinten sind noch... Oh, da noch, die Seite von, die Seite von, die Seite von, die Seite. Scheiße, ich hab die zu... Ich hab die Frau. Boah, wir gehen ja voll ab. Bam, schon zwei Kills oder so. Doch, nur um den Süßigkeiten packen. Nein. Ne, dreht. Du hast mich selber Süßigkeiten noch reingepackt. Du hast doch noch ein paar Süßigkeiten, oder? Ich hab's doch hinten. Ich hab's selber seine Kiste. Ne, ich hab keine. Hä, wie mach ich denn die... Eigentlich geh mal hier auf die Autobahn. Wie mach ich denn die Kiste auf? Fünf. 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 So fünf. Nein. Hast du eine? Ne, hab... Ne, hab ich... Wow! 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 Achtung, ich bin zu... Äh, zum Bebauchen. What? What? Ja, klar, das ist nämlich. Of course. Oh, ich bin tot. Scheiße. Soll ich hin, pass auf. Hinter diesen großen Knister sind die. Wie hab ich einen Wegpunkt gemacht? Ah, Wegpunkt, Bloble. Ja, da hast du seinen Rechtsblick gedrückt. Brav, ich werde mal in meine Dame. Nachladen. Ich komm jetzt auf. Ist ja Jokus. Granate! Blindgänger oder wat? Das läuft ja. Scheiß, scheiß, scheiß. Ich bin... Ja, das wird ein Fest. Bleib stehen. Bleib stehen! Bleib stehen! Achso, ja. Ich hab keine Snap. Kann er als Deckung benutzen? Boah, wir müssen hier einfach zu viert stehen. Ich bin wegen einer um. OO, ich bin ein Feuer nochmal ein bisschen Holz ab Mand'S machen. Oh, da. Oho, 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 ohwoh. Packman, dann musst ich in meine... Komm von der anderen Seite nach. Ja, ja, ich míklasst uns nur mit Dankeschön. Ernsthaft? Whaaaat? Ernsthaft? Wieso läuft der Merz? Hätte ich mal nur einen Schuss gemacht. Ich hab einer. Du hast mich nicht mal getroffen, aber sag's keinem. Ich mein dich. Ach so, okay, dann ist gut. Dann verzeih' ich. Dann verzeih' ich mich. Verzeihung. Die Snipern, die nerven mich. Pass auf, da ist die Snipern. Ach scheiße, woher hat mich... Ach stimmt, unsere Namen werden angezeigt, ne? Ja. Ja. Ja komm, Pfeifer fährt zu dieser Deckung. Jetzt weißt du, wir müssen sie mehrmals haben, lass gut. Pack wollen wir mit dem Auto reinfahren. Na los. Oh, sorry. Kloppe. Sehr schön. Warte. Joghurt müssen wir killen. Joghurt? Da hinten kommt einer, da hinten kommt einer. Da. Ernsthaft, dann muss ich nachlassen, dann. Ernsthaft, dann muss ich nachlassen. Ich hab, ich hab, ich hab sie. Ich hab den Joghurt gekillt. Bäm. Deine Mama. Der eine, das Angry Girl geht auf, auf, auf Autofahren. Ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich werd beschossen. Uiuiuiuiui. Und die werfen auch ne Granat, ich glaub ich sterbe. 4-4. Und ich bin tot. What? Von wo? Und da. Ja. Wir müssen unbedingt auf die Autobahn. Wir müssen unbedingt auf die Autobahn. Ja. 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 Ja, unser Goldtyp ist irgendwie für'n Arsch. Ja. Ja. Ich hab jetzt auch ein Teamkill bekommen auf einmal. Ich hol ne Karre und dann hole ich euch. Ja. Ja. Wenn ich einen Spawnpunkt finde Nein, ich möchte ihn gleich Ach, Spawnpunkt gefunden Ich komme gleich Gib mir mein Auto Ich bin unterwegs Ja, warte Ich will eigentlich noch kurz wegen Waffen gucken Ob es noch eine bessere Waffe gibt Ja, ich hole kurz Plopple ab Okay Es leegt übel Alter, hör endlich mal auf Du bist auf der Autobahn Da komme ich hoch Ich hoffe, mein Ich hoffe, Camtasia ist bald fertig Ja Ey, Plopple, hop rein Plopple Mein Mikro dachte sich, es mutet sich mal einfach Hey Ich glaube, ich mute mich, okay Keine Lust mehr Ardi, Ardi wie derci Nee, keine Lust mehr, ich will nichts mehr aufnehmen Nee, nee, tschüss Kein Bock mehr Bären sie uns bald wieder, piep Ich bin, ich streike, ich streike jetzt Ja, ich will mehr Geld haben Hält dich beim Kugel Wow, na Hi Denklich grüßen die Schweizer Natürlich Ähm Bull, hab ich einen Bull Alter, war das knapp Ja Falt mich rein Ja, es lag Alter Ich mach gleich einen Cut Und guck mal, wie lange Camtasia Studio gedenkt noch zu ändern Ja, da kannst du machen, wenn du Bock hast Ich hab Minus Lol Ich hatte gerade Minus 25 Dollar Also ich mach kurzen Cut Und guck, wie lang Camtasia noch arbeitet Bis gleich Ja, bis gleich Sind wir wieder nach dem kurzen Cut Genau, weiter geht's Und ähm Ich hab herausgefunden, dass es noch weitere 20% laggen wird Weil Camtasia erst mit 80% fertig ist Ähm, Grissom Ist mir egal Müllkippe Ähm Ich guck mir, ich guck mir mal von der Tante an, wie viel die Autos hier kosten und so Also Drei E-Mails bekommen Warte, ich guck auch mal kurz, was das da für geile Karren hier gibt Ähm, warte, ich wollte, ich wollte, genau das hier wollte ich mir noch holen, die Waffe Ja Ja Und was für Fahrzeuge, was gibt's dann noch, also den hier habe ich, den Bolton Broadwing habe ich Für 15.000 Sobald ich den Freischalten Freigeschalten habe, werde ich mir einen Sungai Mung Muirai kaufen Okay Und hier gibt's ja ein paar Waffen Ja, äh, die, ich würde gerne die Dings freischalten, ähm, Moment, wo haben wir es jetzt Waffen hier, die Orangen sind da Weil die nicht tödlich sind, aber das sind die, wo man geschwächt wird Das sind voll OP die Dinger Okay Ich bin da geladen So, lasst uns zur Tat schreiten Lass uns Kühe melken Wartet auf mich Ist das nicht so Oder so Los, abballern, los. Ja, nachballern. Ja, da hält der Deck. Krap.